Musik Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Reaction Video. Wir werden uns heute mal die Elliot-Wellen angucken. Viele von euch haben sicherlich schon mal den Begriff Elliot-Wave-Theory oder Elliot-Wave-Principles gehört. Vor allem, wenn ihr Alessio Rastani folgt. Ich folge ihm ja schon gefühlt seit seinem ersten Video. Und er macht immer und immer wieder eben Analysen im Bereich der Elliot-Waves. Und heute möchte ich mit euch mal genau darüber sprechen, denn CryptoCrew University hat ein schönes Update-Video gemacht zu seinem Bitcoin-Boden-Video. Und er wird uns genau erklären, warum wir uns gerade in einer sehr, sehr, sehr spannenden Phase befinden. Um nicht zu sagen, in der Phase, auf die wir eigentlich alle warten würden, wenn wir uns Zeit Tag 1 mit den Elliot-Wellen beschäftigen. Und so viele Leute da draußen sind momentan bearish. Da dachte ich mir, ist es Zeit mal etwas Kontroverses einzuwerfen und euch zu zeigen, dass wir vielleicht gerade deshalb, weil so viele Leute bearish sind. Weil 99% glauben, dass Bitcoin dieses Jahr niemals im Leben zurückkehren kann. Weil so viele Leute die Lust am Krypto verloren haben und anfangen andere Leute, ob es in Kommentaren ist, ob es in irgendwelchen Social-Media-Gruppen ist, Leuten zu erklären, wie blöd man doch ist, dass man auf Bitcoin geschworen hat, dass man an XRP geglaubt hat, dass man an irgendwelche Altcoins geglaubt hat, wie dumm alle doch sein, wenn man jetzt über Akkupulieren spricht. Wir warten lieber, bis Bitcoin auf 3000 Dollar geht und jeder, der jetzt nachkauft, ist dumm. Und all solche Geschichten darf man momentan lesen. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber es zeigt mir persönlich ganz einfach, dass wir in einer Phase sind, die sich sehr schön mit dieser Veranschaulichung hier erklären lässt. Denn diese Grafik ist jetzt nicht Bitcoin-spezifisch, sondern sie ist einfach ein Spiegelbild unserer Psyche und vor allem unserer emotionalen Handlung. Und dieses Verhaltensmuster ist eigentlich ein ganzer Zyklus. Am Anfang ist man noch relativ verhalten und die Early Adapters oder Leute mit guten Kontakten oder einfach nur mit ein bisschen Glück und Mut sind hier in dieser Phase reingegangen. Dann irgendwann gibt es dann das erste Mal Medienaufsehen des Ganzen, dann entsteht Enthusiasmus. Das Ganze wird dann gefolgt von Gier. Man ist desillusioniert und plötzlich denkt man, jetzt haben wir ein neues Zeitalter erreicht. Ein gutes Beispiel ist sowohl der Bitcoin Bullrun 2017, wobei da gab es vorher auch schon einige solcher ähnlichen Bullruns, aber auch im Aktienbereich, zum Beispiel die Tesla-Aktie, die nach einem ähnlichen Muster gelaufen ist. Ganz genauso ist es auch zum Beispiel bei Dogecoin. Und ich glaube, wenn die Zeit da wäre, könnten wir das ganz unendlich weiterführen, denn im Prinzip ist das hier eine Psychologie und hat nicht unbedingt mit den Märkten zu tun, sondern vielmehr mit dem menschlichen Verhalten. Und genau auf diese psychologischen Hintergründe zielen diese Elliott-Wellen ab. Das Elliott-Wellen-Prinzip oder auch Elliott-Wave-Theory ist eine Form der technischen Analyse, die Finanzhändler verwenden, um Finanzmarktzyklen zu analysieren und Markttrends vorherzusagen, indem sie extrem in der Anlagepsychologie graben und eben Preisniveaus, Hochstiefs usw. identifizieren und darin eben gewisse Muster suchen. Das könnt ihr euch gerne mal in der Verlinkung anschauen. Ihr könnt daraus entnehmen, dass die Psychologie der Menschen sich immer wiederholt. Und auch dieses Bild habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder in abgeendeter Form. Und auch das unterstreicht eigentlich genau das, was ich euch gerade sage. Die Menschen haben ein seltsames psychologisches Verhalten. Und wenn sie gerade gehypt sind, kaufen sie Bitcoin bei 65.000 Dollar, bei 27.000 mittlerweile sogar nur bei 20.000 Dollar. Interessiert es aber kaum jemanden und die Leute erzählen lieber sowas wie, der fällt noch auf 10, der fällt noch auf 5. Und genau dieses Verhalten ist total typisch. Also fühl dich da bitte nicht angegriffen, sondern du bist genauso wie ganz, ganz viele andere. Und auch ich früher war. Aber mittlerweile habe ich mir angewöhnt, konträr zu denken. Und genau deshalb gucken wir uns heute mal diese Wellen an. Es gibt dazu einige Veranschaulichungen im Netz. Die hier finde ich ganz interessant, weil sie sehr, sehr schön farbig mal zeigt, worum es hierbei geht. Es gibt also einen Zyklus, der ist meistens viele, viele Monate oder gar Jahre lang. Denn diese Theorie, die zielt eher auf langfristiges Prognostizieren. Also es geht nicht darum, dass man die nächsten vier Stunden vorher sieht, sondern dass man früh einen Trend erkennt und dann eben langfristig gut aufgestellt ist. So gibt es also verschiedene impulsive Wellen. Die erste Welle ist in der Regel die Welle, die alle aufweckt. Und man denkt, was ist denn hier los? Dann gibt es die erste Korrektur. Und dann kommen wir eigentlich schon in die dritte und goldene Welle. Die dritte und goldene Welle ist deshalb golden, weil sie die allergrößten Gains vor sich hat. Also das heißt, in dieser dritten Welle sind die meisten Gains zu machen. Und da geht es so richtig ab. Ein Beispiel, im Cryptospace war sie das letzte Mal im Jahr 2017. Ihr erinnert euch daran, wo wir bei Welle 3 rauskamen. Bitcoin von etwa 1.000 Dollar auf knapp 20.000 Dollar innerhalb von kürzester Zeit. Danach gibt es in diesem Muster wieder eine korrektive Welle, die dann wieder gefolgt wird von einer impulsiven Welle. Und so funktioniert das Ganze. Also wir haben 5 Steps und danach gibt es eine sogenannte Cooldown-Phase oder eine Corrective-Move-Phase. Diese Corrective-Move-Phase ist in drei Teile aufgeteilt und nennt sich auch ABC-Correction. Jetzt habt ihr einfach mal schon alle Begriffe gehört, die es da so zu gibt. Aber ich glaube, die braucht ihr euch gar nicht großartig merken. Wichtig ist nur, dass ihr generell versteht, es handelt sich hierbei um ein Muster, das eben erkannt wird und in den meisten Zyklen wiederzufinden ist. Und diese hilft dann wiederum, gute Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Allerdings gibt es bei dem Ganzen einige Regeln, die berücksichtigt werden müssen. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ist das nicht geil, Freunde? Ihr schaut heute das Video. Links und rechts sind alle Leute bearish. Und vielleicht auch du selbst, ja? Und vielleicht denkst du im ersten Moment, Alex, du bist doch nicht ganz dicht. Bist klickgeil oder was auch immer, weil du immer versuchst, bullisch zu bleiben. Nein, Freunde, es geht nicht darum, ob ich jetzt recht habe oder nicht. Aber schaut euch einfach mal die Elite Waves an. Es ist einfach zu geil zu wissen, dass wir gerade jetzt in diesem Bereich sind. Ich weiß, ich spoiler ein bisschen, aber ihr müsst unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ich habe große Hoffnung darauf, dass es sehr zeitnah richtig geil wird. Die sind jetzt sehr wichtig. Also es geht nicht immer auf. Man muss schon darauf achten, dass man nicht nur fünf Wellen irgendwie erkennt, sondern eben diese Regeln zugrunde legt und die auch wirklich einhält. Also Welle 2 darf niemals so doll korrigieren, dass sie alles, was Welle 1 aufgebaut hat, wieder vernichtet. Das ist also in diesem Fall, wie ihr seht, nicht passiert, von daher ist alles im grünen Bereich. Gleiches gilt auch für Welle 4. Welle 4 darf nicht den ganzen Anstieg, den Welle 3 sozusagen reingeholt hat, wieder vernichten. Und auch das ist in diesem Fall nicht passiert. Nächste Regel ist, dass die Welle 3 niemals die kürzeste Welle sein kann. Also wenn ihr euch gleich mal alle Wellen anschaut, müsst ihr gucken, dass da eine Welle länger ist. Habt ihr das gehört? Die Welle 3 ist die goldene Welle. Das ist die beste und wichtigste Welle. Das ist die Welle, in der die meisten Profite gemacht werden. Und mal ganz ehrlich, ich weiß, viele sagen, ja, das fällt nochmal um 70, 80 Prozent. Aber ganz im Ernst, wenn wir mal zurückdenken an vor drei, vier Monaten. Wenn ich euch gesagt hätte, du kriegst das Bitcoin von mir für 20.000 Dollar, hättest du nicht blind unterschrieben? Also an sich hat sich doch gar nicht viel geändert, außer dass man extrem viel Angst bekommt. Die Zinsen werden erhöht, überall scheint die Wirtschaft zu wackeln. Alles in allem hat sich aber eigentlich wenig verändert, bis auf das Marktsentiment. Und das ist super, super stark im Cryptospace. Sowohl in die eine Richtung, das erleben wir immer sehr positiv, weil auf einmal hat man das Gefühl, man wird Milliardär in den nächsten Wochen. Aber eben auch im negativen Sinne, und genau das ist jetzt gerade der Fall, sodass richtige Missmut aufkommt. Die Leute keinen Bock mehr haben, YouTuber verfluchen, Influencer verfluchen, Projekte verfluchen. Und all das, was gerade passiert, was ihr gerade merkt, ist ein krasses Indiz dafür, dass wir kurz vor der Wende stehen. Das sage ich nicht aus Hoffnung, sondern das sage ich einfach aus Erfahrung. Und der vielen Greed-Index, den wir hier immer und immer wieder zurate ziehen, sagt ja genau das Gleiche aus. Wenn wir uns einen längeren Zeitraum im unteren Bereich bewegen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein schlagartiger Ausbruch nach oben kommt. Natürlich ist die Frage, ob er nachhaltig ist. Aber dass die Wende kommt, wenn wir in einer so aussichtslosen Lage sind, wie wir es momentan sind, das ist, glaube ich, wahrscheinlich. Welle 5 wirkt jetzt auf den ersten Blick so, als wäre es die krankeste Welle, aber im Prinzip ist es nicht die steilste, sondern eher die längste Welle, wie wir hier sehen. Aber sie hat... Also ihr seht schon, viele sagen immer, Bärenmarkt ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Bärenmarkt heißt, alle werden arm und Bärenmarkt heißt, das zieht sich jetzt 4, 5 Jahre lang durch. Ich bin bei euch, dass der Bärenmarkt scheiße ist. Und gerade wenn man kein Short-Trader ist, sondern wirklich darauf abzielt, dass man eben in gewisse Investments Geld investiert und ein paar Jahre wartet, bis sie sich gut entwickeln, ist es schrecklich. Aber guckt euch das Ganze mal 3, 4 Schritte zurück an. Also wir haben jetzt den Monatschart, das heißt jede Kerze ist ein Monat. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, waren die Bärenmärkte, gefühlt natürlich eklig, aber eigentlich nur kurze Momente der ganzen Anstiegsphasen. Und unterm Strich hatten wir viel, viel längere Momente der Anstiege als Korrekturphasen. Und deshalb sollte man diese negativen Momente wie jetzt nicht überbewerten, sondern sich darauf freuen, dass bald wieder die Ablöse kommt und wir in der Regel eigentlich längere Zeiten haben, in denen es bergauf geht. Zumindest jetzt zu Beginn von Bitcoin und dem ganzen Kryptogramm. Natürlich wird sich das irgendwann auch mehr einpendeln, aber aktuell ist es wirklich noch so, dass die Bullenphasen unvergleichbar sind. Da können auch die Bärenphasen nicht mithalten. Wenn es anders wäre und die Bärenphasen genauso deftig wären, hätten wir niemals solche krassen Anstiege erleben können von tausenden von Prozenten, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Wir sind die Bullruns, okay? Jetzt, ihr könnt euch fragen, bitte helfe uns, was hier passiert ist. Wir sind eine 5-Wave-Sequenz. Was manchmal passiert, ist ein A, C Correction. Now, we can break it down, we can get technical. There's some flat patterns and there's zigzags and this happens to be a flat pattern, but we won't get too technical. We'll keep it relatively simple. Basically, this is kind of the flush out. This is kind of the reset button. Reset button. Na, das gefällt mir doch schon wieder. Reset button. Na also, na also. We spent five waves going to the moon. We need this ABC to kind of build our base and build our structure for the... Und geht mal in euch, ist es nicht genau so, so rein psychologisch betrachtet, nachdem es so einen unfassbaren Hype gab und alle dachten, sie werden stinkenreich, ist doch ganz nachvollziehbar, dass es eine Korrekturphase gibt und die sich jetzt erst einmal so in Richtung Boden bilden muss, ja. Und wir dann eben eine gewisse Grundlage haben, auf der wir dann wieder ansetzen können für den nächsten Schwung nach oben. Und genau das ist diese sogenannte Abkühlphase, so nenne ich sie. Er nennt sie einfach nur ABC Correction. Aber ihr seht schon, die ist einfach nötig, um das Momentum, das bei Level 5 bereits abgeflacht ist, noch weiter abflachen zu lassen, um dann wieder Luft zu holen und dann in die nächste große Runde zu gehen. Wow, habt ihr gehört. Also, Welle 1 hat seiner Meinung nach schon beendet. Das heißt, ich kann es jetzt hier nicht einzeichnen, aber vielleicht könnt ihr dem ganz nach so folgen, also das hier ist die Welle 1 und das ist die Corrective Wave 2. Und was danach kommt, habt ihr aufgepasst, ich habe es euch am Anfang gesagt, kommt die goldene Welle 3 und das ist die Welle, auf die ich seit 2017 warte und jetzt 2022, wo wirklich kein Mensch mehr daran glaubt, dass irgendwas Positives passiert, scheint es so, als würde es wirklich so kommen. Allerdings muss man dazu sagen, es ist ja ein Monatschart, jede Kerze steht für einen Monat, also sprechen wir hier nicht von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern es ist schon eine Sache, die sich wahrscheinlich noch ins nächste Jahr hineinziehen wird. Trotzdem gibt es mir ganz klar nicht nur Hoffnung, sondern vor allem auch charttechnische Bestätigung und genau das brauche ich gerade und dachte mir, das kann euch wahrscheinlich auch gut tun. Okay, vergesst meine Welle 1, also sie geht nicht bis da, sondern sie geht bis da, aber im Prinzip kommt das gleiche dabei raus. Jetzt hat er hier nochmal Fibonacci Retracement angesetzt, um einigermaßen prognostizieren zu können, wo denn eben die Wende kommt und in diesem Fall haben wir es zwar nicht ganz berührt, aber guckt er sich die 0,5 an. Und genau da sind wir jetzt wieder. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das letzte Video, da haben wir darüber gesprochen, dass Bitcoin das erste Mal seit den Aufzeichnungen mit einem Körper unterhalb der 200er MA abgeschlossen hat auf Monatsbasis. Und da kommen also jetzt zwei Dinge zusammen. Erstens haben wir die ABC Correction und auch bereits die erste und zweite Welle abgeschlossen. Und zweitens sind wir genau an diesem kritischen Punkt, wo wir eigentlich niemals sein dürften, nämlich unterhalb der 200er MA. Also, was könnte jetzt passieren? Jetzt bist du gefragt, mein Lieber oder meine Liebe, was ich denke, habe ich ja schon durchsickern lassen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, glaubt ihr, dass jetzt die Wende kommt und die glorreiche goldene Welle 3 auf uns wartet? Oder glaubt ihr, dass wir all das, was in der Vergangenheit war, vergessen können? Denn wir haben jetzt eine komplett andere Situation und sollten daher eine ganz andere Herangehensweise nehmen und können uns eben nicht auf solche E-Eliot-Waves-Theories oder 200er MA's verlassen, sondern Bitcoin wird vielleicht jetzt weiter sinken und einen komplett anderen Weg gehen. Schreibt es mir sehr gerne mal, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder, den 13. Juli, da ist wieder ein Vollmond-Hangout. Das heißt, kein Zahlen, Daten, Fakten, dafür gibt es dann richtig schön Livestream. Questions and Answers, ich werde mit euch mal schauen, was so die Hate-Kommentare sagen, finde ich sehr unterhaltsam. Werden wir mal gemeinsam durchstöbern und ich werde gerne mit euch gemeinsam den ein oder anderen Hate-Kommentar mal durchlesen und auch gerne beantworten. Dürft ihr euch drauf freuen, ansonsten bin ich für heute raus, wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald! Ciao!